Seid willkommen zurück zu einem neuen Part von Breath of the Wild, wo wir die Krogs suchen. Huuuay! Ja, naja, so ganz freuen kann man sich nicht. Und ich glaube, ich spiele mich nochmal hierhin und fliege da mal den kürzeren Weg zu dem einen Krog dahin. So ganz freuen kann man sich ja nicht, ne? Denn, ja, die Krogsuche, hm. Mal gucken, wie es heute läuft. Ob es schnell wird, ob es langsam wird oder ob es einfach nur Jahre dauert. Naja. 233 haben wir gerade auf dem Weg zur 300. Und, naja, wird übel. Oh, die Brücke, ey. Die Elternbrücke, ey, glaube ich, mache ich die heute einfach so, die Elternbrücke ganz schnell so zack, zackig und sowas. Naja, wenn es so zackig geht, natürlich nur. Mal schauen. Wenigstens auf dem Plateau haben wir ja schon alle. Das war schon mal positiv, ne? Soll es halt hier irgendwo hin, hier runter, soll ja auch einer sein. Mal gucken, wo. So, bald hilft mir auch mein Nachtmodus nichts mehr. Soll ich hier schon mal hier runter gucken? Vielleicht ist er hier irgendwie, oh Gott. Muss ich immer wieder von oben runter rollen oder? Ne, der, okay, der wird einfach, oh nein. Oh, Verzeihung, Leute. Oh Gott, ich muss fliegen. Äh, okay, Rivali Sturm ist aber ready. So, was soll ich jetzt hier hin? Oh nein, mit so einem Viecher noch. So, ach so, okay. Na gut, okay, das ist ja jetzt nicht so schwer. Ich glaube, da würde ich nicht mal Rivali Sturm für benutzen. Ne, mach ich nicht. Hübs. So. Geschafft. Uff, du vorbeischossen. So. Ey, wie viele von dir haben wir jetzt schon hier sehen, du mit deiner orangenen Blattfresse. So, zack, Marky Gron is gone. Jetzt halt noch hier die drei. Ja, und dann blieb ich mal hier hoch, sondern hier ist vielleicht so ein und dann die Brücke. The Bridge. Bitch. Ähm. Autsch. Okay, er will nicht, dass ich hier bin. Er will mich hier nicht haben. Boah, Alter, klar, wie kann... Egal. Ich spare mir mein Essen. Ui. Jups. So, schön, Jeli. Uuups. Hier entlang. Oh, das sieht ja krass aus. So, wo ist hier der nächste Krok? Hier schon mal nicht. Uuuh. Ach, komm, Rivali. Hilf mir mal eben. Wir müssen nicht sowieso noch 1.000 Mal einsetzen, bis wir alle Kroks haben. So. Okay, nicht, dass ich wieder irgendwas jetzt reinfallen muss von oben. So. Okay, hier. Hier, wo. Okay. Einfach nur ganz einsam. Ich gebe Schild unter dem Stein. Joing. Tada. So. Wir haben bald wieder die 100. Ich glaube, wenn ich die 100 habe, hole ich mir dann die letzten beiden Slots von Waffen. Aber das wäre es dann auch schon mal voll. So, weiter geht's. Den Hang entlang. Den nächsten Krok suchen und holen. Link, du kannst loslassen. So. Tada. Bam. Ach, Link. Auf seiner einsamen Suche nach den Kroks. Nach den Kroks. So, ist besser. So, ist korrekt da ausgesprochen. Oh, die kleinen Enten. So, hier ist nichts. Nö. Hier ist wirklich nichts. So, okay. Nochmal Revanis Sturm. Hui. Du musst immer die passenden Spots dafür suchen, ne? Ah. So schön einfach. Okay, da hinten irgendwo. In der Nische. Da-da-ba-bam. So. Okay. Ein Rätsel. Alles klar. So, das ist aber bestimmt der Stein da vorher im Wasser. Jawohl. Ist er auch. Der wird denn immer in Wasser geschmissen, ey? Welcher Vandale macht denn sowas? Okay, kurz gucken. Was wollen die hier von mir? Also, einfach in die Mitte. So. Na. Und. Flop. Je. So, Ahornface. Tschüss, Ahornface. Vorher, ich dir bin so mit dem Blatt durch die Stirn erstmal durch. So, okay. Jetzt ganz schnell hier hin. Und weiter suchen. Die Suche muss weiter gehen. Dann war der Brücke lang. Ich glaube, ich gehe die echt einfach mal von unten nach oben. Wenn ich dann was gefunden habe, dann wieder von unten nach unten. Und, oh Gott. Oh, die werden halt auch unter der Brücke sein. Ganz bestimmt. Und das wird schlecht. Aber mal schauen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist doch alle bloß vorab Angst, die nicht begründet ist. Kann ja alles sein. So, aber erstmal hier. Schöner Ausguckpunkt. Schön einfach. Hier runter. Einen Krog holen. Halt nicht da lang. So, Master Schwert hat seine Kraft zurückerlangen. Geil. Jetzt kann er wieder stundenlang rum bashen. So, okay. Wo könnte der hier sein? Der muss hier? Soll hier irgendwo sein? Okay, also. Mütze auf. Mütze. So. Ähm. Hm. Hier sind bloß so komischen Wanddinger. Und da ist so ein roter Typ. Und der habe ich gesehen. Und der sieht sauer aus. So. Meine Waffen. So. Erledigt. Gleich deine Sachen her. So. Okay. Maske, du könntest langsam anfangen zu wackeln. Wenn ich es mal so sagen darf. Was? Regen? Ah. Hä? So. Hey Jungs, was ist mit euch hier los? Boah. Vollverdämmten. Überfall. Ähm. Ja, äh. Keine Ahnung. Doch, irgendwie war. Oben bei dem Baum. Warte mal. Das wäre so ein Baum? Ein auffälliger Baum? Obwohl, das ist ja wohl ein normaler Apfelbaum. Äh. Hops. Ah, ich höre nichts. Der wackelt hier nicht. Er sagt nichts. Warum sagst du denn nichts? Äh. Äh. Okay. Dann einfach nochmal direkt dahin, wo die Markierung eigentlich mir das sagt. So. Mal gucken. Vielleicht ist es ja hier. Nee. Hier weiter runter. Ah. Hier wird irgendwas sein. Bei so einem Stein. Okay. Wo soll der hingerollt werden? Wo soll der Stein hingerollt werden? Ist wieder die Frage. Wenn ich hier einen Stein habe. Ja, okay. Aber eigentlich sieht es ja so aus, als ob der einfach wo sie runter soll. Aber sie ist hier nicht so eine coole. So ein Rätsel kennen wir ja auch schon. Na, klasse. Oder der ist einfach hier drunter. Keine Aussage. Einfach wegrollen müssen. Der ist ja da einfach drunter. Oder? Äh. Äh. Nee. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Oh. Ja. Keine Ahnung. Wo ist hier in der Nähe? Achso. Da. Hier. Da ist es. Ich hätte den Bein an die falsche Richtung gerollt, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich wäre beinah so doof gewesen. Äh. Ähm. Okay. Wartet mal. Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu krass. So. Okay. Also da war doch überhaupt nicht krass. Äh. Oh. Gottes Willen. So. So. Okay. Hoho. Oh. Alter. Glanzleistung. So. Flup. Okay. Du hast mich entdeckt. Hm. So. War das jetzt doch wirklich? War das jetzt doch wirklich der hier? Ich glaube ja. So. Da ist hier noch irgendwo einer hier unten am Weg. Äh. Hier irgendwo. Ah. Bestimmt bei dem Baum. Bei den schönen Pferden da. Oder ist einfach, äh. Okay. Also er wackelt hier irgendwo. Ja. Mh. So. Bloß wo? 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 Immer. Die sind gucken und Ausschau halten. Alter. Der ist voll richtig fetter Baum da hinten. Sicher, dass er nicht bei dem Baum ist? Ich guck mal. Alter. Was für ein dicker Baum. Ne. Hier wackelt aber nichts. Aua. Mann. Pferdchen. Bleibt doch mal ruhig. Vielleicht ist trotzdem hier auf dem Baum irgendwie die Möglichkeit, dass man da denn hinkommt. Oh Gott. Der Schleim kommt hier hoch. Nein. Was machst du denn hoch da? Geht doch. Ne. Okay. Einfach wo ist so ein Versteck. Ah. Da ist nochmal so ein Stein. Okay. Ah ne. Hier ist ja ein ganz anderer Krog. Oh Gott. Ah. Okay. Dann machen wir erstmal den hier. Dann machen wir erstmal den. Nein. Stopp. So. Alles klar. Bum. So. Bum. Okay. Also den habe ich jetzt. Ist ja ganz klar. So. Dann sind wir hier noch an dem Baum noch überall. Aber was ist das hier? Vielleicht ist das hier doch mal irgendwie nochmal so Laub oder sowas. Ach ne. Ach. Da rennt wieder einer rum. Okay. Gut. Hier rennt einfach wieder so ein Typ hier rum. Na. Komm mal her. Komm mal schön her. Und. Gat. Ja. Ja. 87. Okay. So. Kann auch weg. Hier. So. Okay. Ja. Und jetzt. 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 Ach. Weißt du. Ja. Und schon in so einer Nähe ist. Hier. Der Hülya. Ja. Ich habe ich ja auch schon. Genau. Den habe ich ja schon. Den habe ich ja schon. Den noch nicht ganz. Aber. Ja. Okay. Okay. Komm. 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 Da ist ja die gefährliche Brücke. Wo ich nicht genau weiß was ich soll. Oh. Hier ist einfach wieder einer. Der liegt einfach so rum. Sehr schön. So. Komm mal her. Oh je. So. So. Den haben wir auch. Ups. Nein. Nicht Stempel ändern. Stempel löschen. So. Dann ist hier noch an dem Baum einer. Hier sind einfach so viele. Ich würde aber irgendwie mal einen Rivali noch aufheben. Obwohl. Ne. Warte mal. Rivali soll sich aufladen. Wenn ich oben auf der Brücke bin. Weil ich werde Rivali bestimmt brauchen. Um von der Brücke wieder hoch zu fliegen. Und sowas alles. Und ach. Ja. So. Dann bewegt mich gleich wieder zurück zum Turm. Da ist noch so ein Baum. Alles absurd. Alter. Drei so eine Kisten. So. Ist der einfach hier auf dem Baum drauf? Hm. Oder hängt irgendwo wieder so eine komische Eichel drin. Wartet mal. Kurz mal rumlaufen. Aha. So. Zack. Und. Jem. Haben wir den Typen. Du hast mich aus meiner Eichel befreit. Dankeschön. Okay. Problem. So. Dann renne ich hier noch schnell hoch. Da ist nämlich noch einer. Und das Wetter ist wieder so wunderschön. Schönes Wetter. Ja. Sogar auch in echt. Wenn ich so aus Fenster rausgucke. So. Okay. Ach. Wieder einfach einen Stein darin rollen. Okay. Das ist doch auch schön einfach. Das. Das mag ich. So. Ups. So. Link. Festhalten. Und. So. Ah. Keine Ahnung warum man für die Crocs hier so eine Arbeit machen muss. Und wie vor. Ja. Danke. Du hast meinen Stein raus. Du hast meinen Stein wieder zurück an seinen Platz gebracht. Jetzt. Freue ich mich wieder. So. Das ist erledigt. Alles voller Crocs. Das ist so übel. So. Das ist ja an sich noch hier irgendwo in dem Wald. In dem kleinen Wäldchen. Da kann ich halt immer mal schnell hingucken. Ganz schnell. Weil halt mich zurück zum Turm beamen geht halt schneller. So. Ach der schöne Wald mit den ganzen scheiß Viechern hier. Die mir alle egal sind. Die mir alle egal. Egal. Die dicken Bäume hier ey. So toll Leute. So ein toller Ort. Ah. Schon da oben drauf. Oh. Was willst du denn man? Okay. Warte. Ich ziehe mal am besten mal auch mal hier. Barbarenrössi. So. Wie willst du denn? Oh. Oh. Königsollebale zerbricht gleich. Okay. Na denn. Äh. Hallo. Oh. Richtig vorhin verpasst. Habt ihr was gesehen? Oh Gott. Nein. Keine Lust. Seh nix. So. Der Baum sieht doch hier sehr vielversprechend aus. Was für ein krasser Baum. So. Na. Legt ihr einfach einen Stein drauf? Wir haben schon lange nicht mehr. Einfach mal einen Stein um auf den Baum. Stimmt's Leute. Äh. So ein bisschen weit ab bin ich. Aber ich guck trotzdem mal. So. Okay. Kumpel reagiert ja nicht. Oh Gott ey. Ähm. Ähm. Hahaha. Was lachst du so mal an? So. Ah. Okay. Ist doch hier unten. Hier irgendwo. Oh. Money. 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 Ähm. Vielleicht hier einfach wieder in so einem Loch drin. Therroon Waldmündung. Oh. Ist das eine neue TB zu haben? Vielleicht. Könnte so ja sein, ne? Äh. Ah. Musik echt hier überall hoch. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein Stein einfach drauf liegt. Nee. Auf dem dicken Baum. Wackelst du hier? Ja. Er wackelt hier. Vielleicht ja auf dem dicken, weil hier so viel Platz ist. Nö. Wollt ich, dass hier jetzt irgendwo hier ernst versteckt, irgendwo so eine olle Eichel hängt. Oder sowas. Aber keine Ahnung. Wollt du zur Hölle. Dann war ich bei dem, wo ich schon geguckt. Diese euren Mündungslöcher. Nee. Okay. Dann vielleicht doch hier irgendwie. Sieht ja auch sehr spektakulär aus. Äh. Es wackelt auch noch. Vielleicht da oben drauf. Vielleicht ja einfach so simpel. Hups. Hups. Jupp. Alles klar. Hier ist er. Äh. Oha. Ja. Du 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 du. 91. So. Dann kann die Markierung hier weg. War ein bisschen wieder viel platziert. Aber ist egal. So. Okay. Dann jetzt halt echt zur Brücke. Oh Gott. Tschuuu. Na gut. Na gut. Na gut. Also. Aufpassen, Leute. Guck mal. Wir haben doch schon bald die Hälfte von den 100, die wir uns halt vorgenommen haben. Ne. Und ich bin. Also die Hälfte haben wir auf jeden Fall, weil ich die Brücke heute noch fertig kriege. Ob das was wird. Keine Ahnung. Einen habe ich ja da schon gefunden. Ich hoffe es war jetzt auch keine Fehlplatzierung. Oder ich habe mich ausgesehen irgendwie nicht bedacht, dass ich da schon einen gefunden hatte. Aber ich glaube doch. Als ich das offscreen gemacht habe, müsste ich darauf geachtet. Davon wegen. Ah okay. Den habe ich schon. Den habe ich schon. Alles klar. Die Maske wird sowieso helfen. Die Maske ist mein treuer Freund und Helfer. So. Okay. Jetzt einfach da runter. Alter. Der wie hier die ganzen Steine hier erschüttert und zerbäscht sind ey. Da habe ich bestimmt bei der Turm hier rausgekommen ist oder sowas. Oder ach. Keine Ahnung. So na gut. Dann erstmal natürlich oben hier rauf gucken. Warum nicht? Oben auf der Bridge. Obwohl da ist keine Markierung. Da habe ich keine Markierung drauf. Die Maske wackelt auch nicht. Also. Nö. Hier ist nichts. So. Aber jetzt hier wird es jetzt spannend halt. Och Menno. Scheiße. Jetzt kommen die auch noch immer im Doppelpack oder was? Was soll das denn? Jetzt kommen die im Doppelpack. Die Schweinebacken. Ich glaube es ja nicht. Legt nicht an die Sichtanfassen. Los komm. So. Daneben. Ja komm schießt. Dann guck mal den Rücken. Oh. Von dem Typen getroffen. So. Hahaha. So. Okay. Ist er weg? Er ist weg. Okay. Also. So. Hier soll irgendwo einer sein. So. Sieht ja schon mal so aus ob der echt unter mir ist. Unter der Brücke. Oh. Gott. Ja vor allem hier wackelt es nicht. Gut. Aber wie gesagt. Erstmal oben lang latschen. So jetzt wackelt es hier oben irgendwo. Ähm. Ah. Bloß wo? Ja. Aber guck mal. Da kann überall auf diesen Säulen da kann einer sein. Und überall. Wir können einfach überall sein. Ist ja der Scheiß. Ist ja der Mist. Hallo. So. Hier habe ich ja einen schon gefunden gehabt. Genau. Der freut sich da. Was willst du denn? Wer sind denn noch so schöne schwache Leute? Hallo. Uuuh. So hier soll irgendwo einer sein? Der wo ist wo? Sind die doch alle unter mir? Also ich hätte da sonst irgendwie. Ich hätte da sonst mehr entdeckt oder? Als ich zum ersten Mal hier war. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier wackelt es die ganze Zeit. Aber hier oben ist halt keiner. Ne. Sieht ja auch halt echt unspektakulär aus. Ne. Die sind alle unten. Oh Gott. Unten. Naja. Wir sind jetzt auch wahrlich schon gleich wieder voll. Kleine mal hier hoch. Da oben wird glaube ich echt einer sein. Wenn schon nicht auf der anderen Seite. Dann wenigstens da. Oh. Oh. Vielleicht habe ich auch noch ein Glück. Und hier ist wirklich einer? Warte. Uuuh. Ja. Ist klar. Ähm. Ach du meine Güte. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Äh. Ja. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Oh nein. Was ist das denn? Okay. Ich muss ein bisschen. So. Äh. Okay. Der sah gut aus. Der sieht gut aus. Der war scheiße. Okay. Gut. Wartet. Ich muss mich hier noch sehr. Hier richtig rauf mich stellen. Du Scheiße. Was ist das denn? So stehe ich richtig? Ja. Okay. Dann einfach. Let's go. Jum. Oh. Der sieht gut aus. Kommt schon. Kommt schon. Nein. Ähm. Oh. Soll ich da rinspringen? Nee. Da muss. Hier muss so ein Stein rein. Wie scheiße. Oh Gott. Ja. Wie soll das gehen? Gehen? Äh. Ja. So geht's nicht. Na klasse ey. Oh Gott. Bitte nicht doch. Okay. Da haben wir auf jeden Fall einen Grock. Ey. Nicht doch. Was ist das denn für eine Scheiße? Hä. Wie soll das gehen? Ich stand gerade so weit wie es geht. Er wirft. Trifft nicht. Ich glaube ich muss dabei echt noch nach vorne lenken. Was ich gerade probiert habe. Ja. Und dann falle ich mit runter. Erschlag mich voll selber. Äh. Na gut. Voll der große Fisch. So. Okay. Dann haben wir jetzt erstmal hier wenigstens zwei Stück. Nicht wahr? Also. Tjung. So. Einen. Äh. Ich mache dann einfach die Markierung weg. Ist ja egal. Hauptsache. Ich vergesse halt nicht, dass ich hier wirklich noch. So. Ja. Sagen wir mal. Und das ist dann glaube ich echt der, der mit dem wirklichen Stein drin werfen muss. So. Dann sag ich einfach mal. Jetzt. Dann habe ich jetzt einfach den hier entdeckt. So. Den habe ich jetzt auch gleich entdeckt. Weil ich hier die Platte hochhebe. Ähm. Ja. Platte hochhebe. So. Flieg mal schön weg. Und äh. Alter. Geil. So. Äh. So. Den habe ich entdeckt. Ja. Ja. So. Heißt für mich jetzt einfach halt, dass der hier ist. So. Wenn ich den Stein getroffen hätte, hätte ich die Markierung weggemacht. Und dann sind sie irgendwie nochmal zwei. Oh Gott. Oh Gott. Das ist doch nicht deren Ernst, ey. Da hinten wird auch noch was sein. Das kann doch nicht deren Ernst sein, Mann. Vor allem so einen Stein darin werfen. Ist klar. Aber wenn das halt nicht geht, das ist doch scheiße. Ja. Da muss halt ein Stein rein. Na, ich glaube da muss ich aber echt dann immer wieder neu laden, wa? Irgendwie neu laden, dass die Steine da wieder respawnen und dann, naja. Toll. So. Ist hier noch irgendwie wat? Ne. Ist hier die Brücke auch noch halbwegs intakt? So. Da will ich es aber nicht verrecken. Deswegen nehme ich schnell meinen anderen Dings wieder. So. Dann einfach mit Revali Strom nochmal da hoch. Das ist das Letzte, was ich heute mache. Den oben auf den Tauern holen. Wird da bestimmt sein. So. Oh Gott. Oh Gott, Link. Ich glaube wir sind am Arsch. Am Arsch. Äh. Schwimm, Link. So. Okay. Komm, das schaffen wir noch. Bis da hinten hin. Oder auch nicht. Hab ich nicht immer was zum Essen dabei? Was mir hilft. Nein, natürlich nicht. Oh Gott. Oh. Gott sei Dank. Okay. Nochmal schnell da hoch. Dü-dum-dü. Oh Gott, ey. Mit den dummen Steinen, ey. Naja. Ja. Ey Leute, keine Ahnung, ne? Ich kann die auch ganz blöd irgendwie. Ich kann. Soll ich die antackeln? Und dass die dann so runterkickeln mit dem Stasis-Modul? Ich glaube nicht. Ist ja noch unpräziser, oder? Ich weiß es nicht. So, hier irgendwo muss dann noch ein Krok sein. Hier oben irgendwo drauf. Und ich mach einfach Rivalis Sturm. Wow. Vor allem, weil jetzt wieder so ein komisches Düken da ankommen. Aha. Oh. Verstehe. Äh. Kurz anzünden. Und. Ui. Oh. Yeah. Okay. Flupp. Hab ich den wenigstens schon mal. Ja. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. So, okay. Ich kann die Markierung hier weg. So. Ja, den hier hab ich schon gefunden. Und ich hoffe, ich hab hier keinen irgendwie vergessen, oder sowas. Oh Gott, ey. Ey, leckt mich doch am Arsch, ey. Was soll das denn? So. Ach, cool. Die Steine spawnen da sowieso einfach wieder neu. Das ist natürlich nett. Okay, das ist sehr nett. Oder okay. Also. Hier mit so einem mega Anlauf. Äh. Ja. Also. Naja. Muss ich echt Glück haben, oder was? Äh. Ich hab. Ich hab echt gerade geworfen. Aber ist okay. Äh. 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 Nicht runterfallen, Link. Ja. Ja. Äh. Alter, ich bin der coolste, Mann. So. Äh. Äh. Das hat gut geklappt, Mann. So. Ist hier jetzt trotzdem noch einer? Ähm. Ne. Okay, gut. Dann kann ich die Markierung wegmachen. Ey. So. Die Brücke ist bald erledigt hier. Da fehlen bloß noch die zwei anderen. Alter. Aber ey. Den küsst doch. Ihr seid doch alle, ey. Ihr Entwickler, ey. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Werd, wie ist ich hier? So. Hier ist ein Stein. Ist hier was drunter? Ein Krop? Nö. Ne. Oh. Und die Türme erst mal ab. Oh Gott. Ähm. So. Ich wacke mich mehr. Okay, Leute. Ich würde sagen. Ähm. Jupp. Dann kann ich ja jetzt hier schön Schluss machen. Und. Beim nächsten Mal halt irgendwie. Ja. Den Untergrund der anderen Seite der Brücke erkunden. Ah. Na klasse, ey. Den Underground Bridge. Mhm. Aber wenn hier wieder nur so eine Platte irgendwie ist oder so. Dann sind wir mit der Brücke echt durch. Dann sind wir ja fertig. Und dann muss ich halt nur nicht hoffen, dass hier noch irgendwas wackelt. Ich guck mal. Also für den Hinweg hat es ja echt. Okay. Hier wackelt es jetzt doch nochmal. Dann war das hier wohl doch noch nicht alles. Dann muss hier noch irgendwo eine andere Markierung sein. Äh. Die ich vergessen habe oder sowas. Äh. Ne. Da unten waren wir jetzt. Da unten bei den beiden Dingern. Okay. Dann fliegt einfach mal. Oder ist hier noch irgendjemand hier oben? Hier oben sollen eigentlich nicht zwei sein. Tatsächlich. Also wo ich noch weiß, dass es hier irgendwie was markiert hatte, war. War hier. Oh Gott. Oh, ich geh erstmal nach unten. Nach unten going. Nach unten. Hier bei den. Guck mal da. Bestimmt bei den beiden Säulen. Genau das gleiche. In grün vielleicht. Schauen wir mal. So. Ist hier bestimmt einfach irgendwo ein Ballon. Okay. Da war schon mal wirklich ein. So. Jetzt hier bestimmt. Oh. Jetzt ist es Ruhe. Einfach so in der Säule drin. Ist klar. Und es ist ein bisschen. Es ist ein Ischenbogen. Oh cool. So eine hatte ich glaube ich noch nie. Oder? So. Haben wir hier nicht irgendwo wieder so ein Ballon-Ding? Ne. Diesmal nicht. Warum ist hier kein Ballon-Ding? Ballon-Ding. Oder irgendwas hier im Wasser? Ne. Da ist nur der inner Stein. Also wie gesagt. Bei dem anderen war hier so ein Ballon. Ist das da für nischt? Na gut. Aber den da unten kriegt ich noch. So. Wenigstens den hier. Und wieder eine Markierung weg. Ja. Okay. So. Ja. Aber ich kann nicht irgendeine von denen. Ich mag einfach die hier weg. So. Ich geh es halt noch hier. Also entweder sind hier echt bloß noch. Noch der eine hier. Oder halt. Weil sich hier noch gewackelt hat. Ist hier noch einer. Und ja. Müssen wir mal schauen. Aber erst beim nächsten Mal. Sind ja wohl. Warte mal. Hier wackelt ja jetzt ja nicht mehr. Von dem da oben. Ähm. Yeah. Doch. Hier wackelt es auch noch. Hier wackelt es immer noch. Aber hier ist doch gar nichts. Da ist bloß die Truhe. Äh. Wo zur Hölle. Soll hier noch was sein. Das ist doch gemein. So. Lenk, kannst du dich mal kurz hinstellen? So. Hinstellen. Danke. Hm. Das macht den Part hier doch wieder ein bisschen länger. Weil irgendwie. Bock habe das hier noch zu finden. Aber. Das wird nicht leicht. Oh. Der Drache ist hier irgendwo unterwegs. Oh. Oh. Er kommt ja hier raus. Oh. Um 0 Uhr. Oder was? Wow. Um 0 Uhr kommt der Drache hier raus. Ist ja auch schick. Drache. Hast du einen Tipp. Wo hier das olle Ding ist? Wo ist der Krogmann? Er hat keinen Tipp. Naja. So. Hier vielleicht irgendwas mit den Steinen. Ist ja irgendwie wieder. So ein komisches Teil. Wo ich. Oh. Halt. Warte mal. Hä? War da gerade funkeln? Rennt hier einer rum? Oder was? Moment. Ah ne. Warte bloß Fische im Wasser. Das sah gerade so aus. Ob hier irgendeiner rumrennt. So ein Staub. Ihr wisst schon. Ne. Hm. Tja. Hm. Ja. Hier wackelt es zwar. Aber wo ist hier noch was? Wo ist hier noch einer? Mal. Andere Seite mal runter gucken. Hä? Ähm. Oh. Das Wasser glänzt so schon in der Nacht. In der Nacht. Nö. Na gut Leute. Aber erstmal. Lohnt sich's ja nicht mehr. Oh. Der Drache. Warte mal. Das lohnt sich aber noch den abzuballern. Ich brauch so einen Hornspitter von dem Typen. Oh. Er kommt. Okay. Warte. Warte mal lieber so. So. Hornspitter. Here we go. Äh. Pfiou. Was hab ich jetzt getroffen? Ich hab irgendwas getroffen. Es fliegt hinunter. Da da. Da da. Hoffentlich ist ein Hornspitter. Wow. Düdydyp. Düdydy. Oh yeah. Ne. Sieht aus wie ne Schuppe. Jopp. Hab irgendwas falsches abgeschossen. Egal. Hätt noch ein bisschen mehr lange warten können. So. Tja Leute. Die Brücke halt ne. Ah. Guck mal. Da ist er unter der Brücke. Da ist ja auch noch so ein Mitteltunnel. Auf dem großen Mittelzentrumplatz. Da bestimmt denn. Na gut. Leute. Alter. Da haut er einfach ab. Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Part. Bei der Crocsuche. Bei der Bridge. Ciao. Ciao.